Willkommen zu Clash Quest, hier mehr Free2Play. Wir schauen wie immer selbst im Shop vorbei, holen uns hier die 500 gratis Gold ab, auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann seht ihr hier, ich habe wieder einen Kompass bekommen und damit einen Dungeon freigeschalten. Ich habe heute schon mal einen Kompass bekommen und einen Dungeon durchgespielt. Das heißt, wir haben wieder gut Gold gefarmen, das seht ihr oben rechts. Und ich habe aus dem Dungeon auch eine Kiste bekommen und aus dem Level habe ich auch noch eine Kiste bekommen. Und was da drin waren jetzt bei Kisten, zeige ich euch jetzt. Ja genau, wir haben damit auch das erste Item für den Packer freigeschalten, das brauchen wir natürlich mehr sehr. Das Stuhlblade, logischerweise richtig gekippt, ist ja klar. Genau, ansonsten wird der Packer auch noch mal upgrade und wir graden ihn gleich nochmal ab. Dann haben wir den Packer jetzt auch schon auf Level 4, sehr schön. Und dann geht es aber heute wieder um die Liga. Wir sind ja in Silber 2 geblieben, wie erwartet. Ich habe auch noch die beiden Liga-Angriffe gemacht, wie in der letzten Folge angesprochen, so dass wir jetzt wieder 10 von 10 Liga-Tokens haben. So, ich würde sehr gerne aufsteigen. Ich weiß bloß nicht, ob wir es schaffen können. 5 Stages müssten wir mindestens schaffen. Ja gut, der ist von den Einheiten ein bisschen besser als wir. Naja, wir gucken mal. So, jetzt haben wir genug Liga-Tokens. Gehen wir mal rein. Okay, wir können uns schon mal ein Magier-Kombo hier zusammenbasteln. Das ist schon mal nicht schlecht. Den nehmen wir auch gleich mal. Hier nehme ich den Packer und den Feuerball. So, jetzt habe ich natürlich leider die Mauer noch nicht kaputt. Dann müssen wir gucken, was der Feuerball macht. Ja, ist nicht schlecht. Gut, es stirbt auch keiner ein. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Dann nehme ich mal die vier Bogies. Ich habe übrigens wieder die Rage-Bombaren dabei. Die heben wir uns aber für die nächste Stage auf. Jetzt ist nur die Frage, wie wir das Level jetzt hier noch anfeuern, weil es lohnt sich eigentlich nicht. Hm. Schwierig. Wir können, ich setze mal den Bogenschützen hier ein. Okay, dann haben wir jetzt hier die Prinzen. Hm. Ich schicke mal den Prinzen, damit wir die Mauer aufmachen. Okay, dann haben wir hier den Magier. Das ist nicht schlecht. Den setzen wir einmal ein. So, dann ist schon mal ein Baba noch geraged. So, dann noch ein Bogenschütze. Ja gut, wir kommen so langsam durch. Durch die Stage hier. Ja gut, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Obwohl wir könnten das ja mit dem Set, genau. Okay, erste Stage geschafft. Neue Magier, ganz klar. Gut. Ja, hier können wir eigentlich gleich so die Hilfer-Barbaren-Kombo nehmen. Gut, hier dann. Ja gut, das hat jetzt auch wieder... Es sind halt... Ja, ich nehme die Prinzen trotzdem. So, und da dann vielleicht die beiden Barbaren hier. Okay, es reicht nicht. Nehme ich mal den Prinzen. Wenn ja schon mal da steht, können wir auch nehmen. Perfekt, kommen wir noch dem Prinzen nach. Nehmen wir den gleich auch noch. Und dann noch den einzelnen Bogenschützen haben wir die zweite Stage auch. Und auch gleich hier eine Magier-Kombo. Nochmal neun Magier, sehr schön. Okay. Den schicken wir mal zurück. Ja, doch ist gar nicht mal so schlecht. Zehner-Kombo Magier. Nochmal vier Magier. Ähm... Na, ich würde mal die hier nehmen. Der Pekka ist eigentlich auch ein bisschen verschwindet. Oh, der reicht bei weitem nicht. Hm. Ja, ich denke wir müssen trotzdem die Pekka einsetzen. Ich weiß nicht, ob wir sonst hier... Der Rest hat alles zu wenig Schaden. Die Magier ist auch Quatsch. Nehme ich hier die beiden Pekka, ist eigentlich ein bisschen verschwindet, aber ich will mich auch nicht zu lange dran aufhalten. Dann kriegen wir nochmal drei neue Pekka dazu. So, hier dann den Magier noch mit. Ähm... Ja... Können wir eigentlich gleich so nehmen. Siebener-Kombo. Okay, jetzt haben wir wieder ein ziemliches Durcheinander auf dem Feld hier. Das ist natürlich nicht so schön. Wir können mal hier eine Dreier-Prinzen-Kombo draus machen. Dann rennt einer durch, ist aber okay. Dann nochmal die grünen Bücher hier. Ja, der ist nicht so schön eigentlich. Dann nehmen wir mal hier den Gretchen Barbaren. Dann den einzelnen Bogenschützen. Ich hoffe, der Pekka stoppt jetzt nicht. Ne, gut. Mal sehen, wir könnten hier so... Ja, Feuerball. Gibt's bessere Möglichkeiten hier einzusetzen. Ja, aber die Magier sind nicht so schlecht. Ja, ich nehme mal die Magier. Und dann könnten wir da noch mit einzelnen Bogenschützen was reißen. Genau, perfekt. Dann hier den einzelnen Bogenschützen. Und den hier noch. Dann haben wir auch schon mal eine Magier-Kombo wieder zusammen. Und doch auf jeden Fall reichlich Pekka. Siebener-Bahn. Genau. Und hier dann... Ja, wohl. Ich würde gerne noch warten, bis sich die Türme ausklappen. Heißt also, ich setze... Ja, nehmen wir mal den Boger. Dann sind wir die Hütte schon mal los. Nehmen nochmal drei Magier mit. So, und jetzt setzen wir die Magier ein. Ich hoffe, die Pekka sterben jetzt nicht. Aber eigentlich sollten sie überleben. Feuerball. Okay, jetzt sterben wollen wir die Pekka. Dann würde ich sie auch einsetzen. Und dann haben wir die fünf Stages geschafft. Damit sollten wir in der Aufstückzone sein. Und unsere Einheiten sind noch lange nicht aufgebraucht. Nochmal neun Magier. Sehr stark. Ich mach hier mal ne Dreier-Magier-Kombo draus. Und schick die rein. Dann sind wir die Mauern schon mal los. Dann können wir die Barbaren einsetzen. Na gut, die Prinzen. Ne, wir nehmen die Barbaren. So, jetzt haben wir ne große Magier-Kombo. Ja, die ist zu stark. Aber ich glaub anders werden wir die Stage nicht schaffen. Wir haben zwar zwei Feuerbälle. Aber es reicht nicht. Ne, das wollen wir gar nicht erst probieren. Müssen wir leider die Magier einsetzen. Damit haben wir aber sechs Stages. Und damit auf jeden Fall in der Aufstückzone. Okay, gucken, ob wir jetzt mal einen guten Liefel bekommen. Ja, schade. Jetzt ist die Frage. Drei Feuerbälle oder lieber sieben Bogies? Ich nehm mal die drei Feuerbälle. Dann haben wir fünf Stück. Ich denk, schaffen werden wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir können auf jeden Fall noch ein paar Diefel sammeln. Wir holen uns hier auf jeden Fall noch den Refill. Okay, drei Prints sind nicht schlecht, da wir schon welche haben. Lassen wir den nur mal zurückschicken. Ja, gut. Okay. Ja, er könnte besser stehen. Schicken wir mal zurück. Ja, hier steht er besser. Ach, der Chip ist da. Ich hätte gehofft, dass er... So, auch noch Stoffeln. Nehmen sie trotzdem mal so. So, jetzt haben die Gebäude nur noch ganz wenig Leben. So, dann gucken wir über die Feuerbälle. Wir haben noch drei Stück. Jetzt setzen wir hier mal einen drauf. Hier einen drauf. Und dann hier noch einen drauf. Und dann für hinten nehmen wir den Packer. Dann haben wir die siebte Stage auch noch geschafft. Knapp, aber wir haben sie geschafft. Okay, sieben Magi auf jeden Fall. Gut, aber die Stage wird dann jetzt, glaube ich, wirklich nichts mehr. Können wir die... Na gut, es bringt aber nichts. Ja gut, jetzt haben wir nochmal ein paar Defenses. Aber auf jeden Fall sehr nice. Wir sind wirklich gut weit gekommen. Das freut mich. Feuerball nochmal. Gucken wir, ob wir hier noch... Ja, leider nicht. Wollen wir jetzt hier vielleicht... Ja, noch Zeppen. Okay, Barbano rein. Sieben Stages, vier Defenses. Damit sind wir auf Platz eins. Sammeln wir hier noch die ganzen Belohnungen ein. Und damit sind wir tatsächlich Platz eins. Damit haben wir gute Aufstiegshause. Ich hoffe, wirklich. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir das diesmal schaffen. Es haben natürlich noch nicht alle gespielt. Das muss man dazu sagen. Aber ich denke, die Woche ist der Aufstieg drin. Ich bleib auf jeden Fall dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja.